Vielen Dank. Und auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Robert Weber mit neun Treffern, sowie Jakob Beerstedt mit acht Toren, Finn Lemke mit fünf Treffern, auch eine stattliche Anzahl an Toren. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich vom TBV Lemgut Christian Spritlik, den Manager, sowie Florian Kermann, dessen Worte ich die Ersten bitte zum Spiel. Ja, guten Abend. Vorneweg natürlich Glückwunsch an den SCM. Nicht nur für die zwei Punkte, sondern auch für die wieder mal tolle Stimmung hier in der GTEC-Arena. Ich glaube, da sieht man so die Entwicklung, wo der SCM schon im letzten Jahr angefangen hat, wo sie jetzt auch stehen, dass die Mannschaft auch von dem Publikum immer wieder getragen wird, obwohl sie vielleicht am Anfang heute nicht ganz so gut gespielt haben. Zum Spiel. Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen, haben uns auf die aggressive Abwehr der Magdeburger vorbereitet, haben dann immer gute Lösungen gefunden. Und in der Anfangsphase, muss ich auch sagen, haben wir ordentlich gedeckt, hatten mit Nils Restrüsse einen Torwart hinten drin, der uns ein paar Bälle gegeben hat, die wir auch wollten. Wir wollten auch Würfe aus dem Rückraum haben. Das war unser großes Ziel. Und dann sind wir leider Gottes so in der zweiten Phase der ersten Halbzeit so ein bisschen außer Tritt geraten mit einer Zeitstrafe. Wir sind mit einer meiner Meinung nach falschen, stürmervollen Entscheidung, wo es eigentlich sieben Meter geben muss. Die hat uns aus dem Tritt gebracht, das darf nicht so passieren. Und dann sind wir zur Halbzeit aber noch einigermaßen im Spiel mit 16, 13. Und ja, dann kommt man in die zweite Halbzeit, holt einen sieben Meter raus. Und wenn der drin ist, sind es zwei. So kriegen wir direkt Gegenstoß vier. Und dann war die Distanz immer da. Wir haben es nochmal geschafft, in der 45. Minute auf vier Tore zu stellen. Aber dann, glaube ich, reichte auch dann die Kraft nicht mehr so ganz. Wir konnten nicht so viel wechseln wie der SCM, die natürlich über einen großen Kader verfügen, obwohl sie mit Musa und Damgaard auf zwei Stammspieler verzichten müssen. Aber das hat dann nachher nicht gereicht. In der zweiten Halbzeit bin ich auch sehr unzufrieden mit der Torhüterleistung. Wir kriegen, glaube ich, ein oder zwei Bälle. In 30 Minuten ist das zu wenig. Aber auch die Torhüter muss man da in Schutz nehmen, weil die Abwehrleistung dann nicht mehr gut war. Und deswegen geht der Sieg in Ordnung. Und wir bereiten uns jetzt eine Woche sehr konzentriert auf das Spiel vor, was für uns wieder immens wichtig ist, zu Hause gegen Eisenach. Wir brauchen eine volle Halle, wir brauchen eine gute Einstellung und dann hoffen wir, da zwei Punkte holen zu können. Danke ich recht herzlich, Florian Kermann, für diese Worte. Die ersten Worte von seitens SC Magdeburg, nun von unserem Trainer Gia Svensson. Bitteschön. Schön, guten Abend. Florian, danke für die Glückwunsch. Ja, so wie immer bin ich natürlich zufrieden mit den zwei Punkten. Wir haben hier zu Hause gewonnen. Ich glaube, dass wir haben das so ein bisschen gemerkt, dass wir haben so halb bis zwei Wochen Pause gehabt. Und eigentlich kann ich nicht so sagen, dass ich zufrieden mit den ersten zehn Minuten bin. Und besonders dann hinten. Aber langsam haben wir das geschafft, besser abzuspielen. Und dann kommt oft Tormerleistung dazu. So allgemein ab dann fangen wir an, besser und besser zu spielen. Und am Ende haben wir das geschafft, pro Schieben zu gewinnen. Also bin ich einfach zufrieden mit. Ja, also Musa hat geführt. Also zwei starke Spieler, Musa und Darmkort. Aber ich fand, dass Finn hat das richtig gut gelöst. Also kam stark rein und hat gute Leistung heute gebracht. Ganz wichtig für Finn und uns, klar auch. Jakob war stark, fand ich heute. Und ja, mehrere Spiele, aber allgemein haben wir das als Mannschaft stark gewonnen. Gute Leistung gebracht und also Konsequenzen bis Ende. Und das für uns war klar, natürlich ganz, ganz wichtig, diese zwei Punkte zu holen. Danke. Dankeschön, Gehrer Svensson. Nun die ergänzenden Worte vielleicht noch von Seiten des TBV Lemko. Christian Spritlik, bitte. Ja, schönen guten Abend. Und ja, also was hat man für Erwartungen, wenn man hier nach Magdeburg fährt. 6.800 Zuschauer, fantastische Stimmung, muss man schon sagen. Tolle Gänsehaut-Atmosphäre. Also da mal großes Kompliment an das ganze Team hier vom SC Magdeburg. Und auch an die Fans ist schon immer wieder was Besonderes, hier hinzukommen. Ich finde, unsere Mannschaft hat sich heute ordentlich präsentiert. Am Ende des Tages sind es drei, vier Tore zu hoch ausgefallen. Ich finde schon, dass wir hier sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Auch frech aufgespielt haben, 4-2 gleich geführt haben. Dann leider durch leichte Fehler und eine immer bessere Abwehr der Magdeburger da leider so ein bisschen den Faden verloren haben. Und dann relativ hoch im Rückstand lagen. Haben aber nicht aufgegeben, das hat mich gefreut. Wie gesagt, von den Auswärtsspielen haben wir jetzt fast alle starken Mannschaften weg. Unser Saisonziel ist ja ganz klar der Klassenerhalt und den wollen wir so früh wie möglich sichern. Und da wollen wir am nächsten Spieltag gegen Eisenach gleich mit anfangen. Momentan haben wir ja eine hervorragende Heimstärke und gegen Eisenach wollen wir das natürlich fortsetzen. Ansonsten hat es mich sehr, sehr gefreut, dass Tim Honke hier heute an alter Wirkungsstätte da auch sieben Tore werfen konnte. Und ja, er ist ja eh einer unserer konstantesten Spieler und hat bei uns den Weg hervorragend gemacht. Und wir freuen uns auch, dass er bei uns bleibt. Und wie gesagt, SC Magdeburg wünsche alles Gute für die Saison und ja, schönen Abend noch. Danke. Dankeschön, Christian Spritlik. Und unser sportlicher Leiter Steffen Stiebler auch mit seiner Einschätzung bitte zum Spiel. Ja, in erster Linie freue ich mich natürlich, dass wir unseren Aufwärtstrend aus den letzten zwei, drei Spielen fortsetzen konnten. Auch trotz der Nationalmannschaftspause waren ja doch einige unterwegs. Und auch aufgrund der Ausfälle, die wir jetzt auch noch zu beklagen hatten, denke ich mal, hat die Mannschaft das heute sehr, sehr gut gelöst. Das war, glaube ich, für uns auch extrem wichtig, dass es nicht nur ein knappes Spiel war, sondern dass es zum Schluss, denke ich mal, schon deutlich war, dass wir verdient gewonnen haben. Ganz starkes Umschaltspiel heute. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Tore über die erste, zweite Welle gemacht, über die schnelle Mitte. Ich glaube, das hat uns in den letzten Wochen auch schon ausgezeichnet, dass wir da sehr, sehr gut dabei sind. Und natürlich 6.832 Zuschauer möchte ich mich einfach nochmal im Namen der Mannschaft bedanken für die tolle Unterstützung, die ja nicht nur in dem Spiel da ist, sondern auch die letzten Spiele schon. Und wir werden alles versuchen, unseren Aufwärtstrend weiter fortzusetzen, dass die Halle auch weiter voll bleibt. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Jetzt die Möglichkeit von unseren Journalisten, die Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Bitte das Mikrofon. Wir haben die Übertragung ja auch in die Wippräume in der Halle. Ja, also an Herrn Svensson und auch an Steffen vielleicht ein Wort zum neuen Serenovic. Habt ihr nicht erwähnt? Ja klar, das ist nie leicht für einen Spieler, obwohl er Qualität hat. Also einfach hier vier Tage vor dem ersten Spiel zu kommen. Und ich glaube, dass er das ganz gut und ganz toll heute gemacht hat. Also ich bin sehr zufrieden mit der selben Leistung. Und er hat eigentlich ab dem ersten Tag, ab Mittwoch ganz gut trainiert, sehr motiviert. Und man sagt auch, wie man das auf Deutsch sagt, also ein Quick-Learner. Also er ist sehr motiviert und konzentriert und er hat das ganz gut gemacht. Also das hier reinzukommen und ich hoffe und ich glaube, dass er einfach selber sehr zufrieden ist, hat sich wohl hier heute gefühlt. Und ich glaube, dass wir einfach alle können einfach zufrieden sein mit der selben Leistung heute. Danke. Steffen, vielleicht noch einen Satz dazu zum Neuzugang? Vielleicht ganz kurz. Trotz der Ankündigung der Heilsbringers da, denke ich mal, hat er nicht die 15 Tore gemacht, wie es in der Zeitung stand, aber er hat das sehr souverän gelöst. Und ich denke mal, er wird von Spiel zu Spiel besser. Danke. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, denn danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise. Für den SC Magdeburg geht es am Mittwoch weiter in Gummersbach und dann am kommenden Samstag, 17 Uhr, Europapokal hier in der GTEC Arena gegen Tchogoi aus Ungarn. Bis dahin danke ich herzlich, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017